Na du Eule Ich hasse diese Team-Mates die sich in meine Kampf-Situations einmischen, in meine Kills-Clone, die Bastarde, spüren uns übrigens gerade Terroristenjagd, gell, von wo, der hab mich gerade angebannert, oder, der Penner? Duff Duff Das war's für heute. Das war's für heute. Obwohl sie schlecht sind, dann hat er ich. Gegner? Sieht nicht so aus. Das war's für heute. 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 Ich hab' nicht drauf geachtet, aber... Oh, Geisel beschützen. Nice. Wenn ich mich damit... Keine Ahnung, wenn ich mitnehme. Ich muss erst mal gucken, wie ich mitnehme. Ähm... Aber ich denke mal... beim Online... Da hab' mich dann so genervt, dass ich mich nur so aufgeregt hab, bis ich meine Schrollflinte mitgenommen hab. Hab' ich normalerweise nicht dabei, weil... ne Schrollflinte gehört nichts für mich zur Ausstattung eines Sonderheinsatzkommandos. Vielleicht um Türen zu öffnen, ja, aber mehr auch nicht. Ja, wie man sieht, ich spiel' jetzt diese Runde Mute. Hab' einen 117er Ping. Mhm. Super. Ähm... 86er Server-Ping ist auch nicht so wirklich gut. Das Ding da! Geiler Name, das Ding da, 25. Oh, vom Gastmann jeweils bestärken. Das Ding da, oder? Das Ding qui rappelte sich. Wie hat es getroffen? Ich bin rüber, wenn du in die Zeit nicht getroffen. Ich hab' mir mitnehmen. Der Stiefler führten. Der Stiefler drunter nicht aufgeregt. Der Stiefler hat eine Stiefler untergebracht. Was ist das? Okay. Weg! Raus! Kann man mal einer sagen warum die Kavira gerade eine Kills klaut? Auf damit! 8 Sekunden, 7 Wow! Scheiß Kavira Oh, da waren zwei Läuft! Wenn wir ja diesen einmal mal fast so zuhaken, aus der Hüfte gefeuert Frühlinge geruht, mit Schuppe Geht Geht So, hat doch funktioniert. Ja, Doc, heil mich mal, Idiot. Ja, du Idiot, sag ich so. Pro-Gamer. Danke. Passt an, Heule. Naja. Ich spiel's gerade nicht auch nur ein Ding, weil er alleine macht, Ranked oder sowas zu spielen. Kein Spaß und die haben mal gelangt. Multiplayer-Sachen machen einfach alleine keinen Spaß. Deswegen spiel ich jetzt gerade mit einer Terroristenjagd. Das ist ja ein Fall gesetzt, ne? Okay, haben wir sie wieder überleben, gut. So, was sind die letzten drei? Dauernd sind's nicht, du. Eule. Komm schon, ich bin hier oben irgendwo. Ja, auf jeden Fall drauf. Oh, ich weiß noch, was er zören soll. Auch hat Spaß an dem Spiel irgendwie. Wurde ja auch mal streamen. Problem ist, äh, mit streamen klappt nicht schlecht das Internet. Ja, ich hab schlechtes Bombus-Internet, wie man so schön, wie alle meine Kollegen so schön sagen. Wie veräumt hab ich denn gerade, bitte, Alter? Dankeschön Boah, wie kann man nur so veraimt, wie ich gerade veraimt hab, man genau, Treppe rum, hopp 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 hopp, Kapkan muss umsitzen, los, ab keine, keine, keine which tomm okay wo 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 ich würde mich interessieren nicht was die gerade gestorben sind oder darum die alle sind zerfall gesetzt baff durch baff durch baff durch baff durch baff durch na u bester mensch bester bester und Vielen Dank.